Mal ehrlich, wie oft ist es dir schon passiert, dass du dein Sportprogramm nicht so durchgezogen hast, wie du es eigentlich wolltest? Entweder, weil du gar nicht damit angefangen hast oder weil du nicht durchgehalten hast und nach kurzer Zeit wieder damit aufgehört hast. In diesem Video bekommst du die genaue Anleitung, wie es dir in Zukunft viel leichter fällt, regelmäßig zum Sport zu gehen und dein Sportprogramm diszipliniert durchzuziehen. Jedes Sportprogramm wird dir nur dann Ergebnisse bringen, wenn du es wirklich schaffst, kontinuierlich über einen längeren Zeitraum dran zu bleiben. Dein Plan kann noch so gut sein, aber wenn du es nicht schaffst, ihn umzusetzen, weil er vielleicht zu intensiv ist, du dich überforderst, er zu schwer ist, zu unflexibel oder sonst irgendwas, dann wird dir dieser Plan herzlich wenig nützen. Deswegen solltest du dich immer auf die Basics konzentrieren, wenn es um die Planen geht und weniger darum, welche Übungen du wie lange machst oder wie intensiv du trainierst. Am wichtigsten ist also erstmal, dass du ein Programm hast, das du auch wirklich durchziehst. Und dafür ist es essentiell, dass es dir erstens Spaß macht, dass es zweitens für dich realistisch umsetzbar ist und drittens, dass es ein gewisses Maß an Flexibilität mitbringt. Der Fokus sollte also nicht darauf liegen, so schnell wie möglich Ergebnisse zu erzielen oder so effizient wie möglich zu trainieren, sondern erstmal nur, dass du wirklich am Ball bleibst. Wie lange du trainierst, welche Übungen du machst, wie intensiv du trainierst und so weiter ist erstmal zweitrangig oder sogar drittrangig. Viele vergessen, dass das Sportprogramm in unseren Alltag passen sollte und nicht umgekehrt. Bevor wir uns also die konkreten Strategien anschauen, wie du garantiert immer am Ball bleibst, musst du dir erstmal die Frage stellen, wie oft kann ich jede Woche realistisch zum Sport gehen? Was macht mir tatsächlich Spaß und wie kann ich mir ein bisschen Flexibilität einräumen bei meinem Trainingsprogramm, dass ich das Ganze auch an meine Alltagssituation anpassen kann, dass ich es anpassen kann, wenn mir auch was dazwischen kommt. Fang dabei aber bitte immer auf einem niedrigen Level an, also mit einer niedrigen Anzahl an Trainings oder Trainingsdauer und arbeite dich von dort hoch. Es geht am Anfang primär darum, die Gewohnheit aufzubauen und nicht dich direkt zu überfordern und wieder in alte Muster zu fallen. Und dann stell dir einfach mal die Frage, welche Sportart oder welche Arten von Übungen dir wirklich Spaß machen. Denn die meisten Vorteile vom Sport kannst du genauso durch Fußballspielen erreichen, wie durch intensives Krafttraining. Stell dir also die Frage, welche Sportart möchte ich auch in drei Jahren noch machen? Möchte ich dann auch machen, wenn ich meine Ziele, die ich jetzt vielleicht körperlich habe oder die Ergebnisse, die ich mir erhoffe, schon erreicht habe? Denn sonst wirst du auch danach wieder in alte Muster zurückfallen. Es ist absolut nicht notwendig, dass du direkt fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehst und zweimal die Woche noch zusätzlich laufen. Primär ist es mal wichtig, etwas zu finden, das dir Spaß macht. Und mir ist klar, als Sportanfänger hat man erstmal einen Widerstand gegenüber dem Thema Sport und im Prinzip ist jede Sportart dann am Anfang etwas unangenehm. Aber du wirst trotzdem für dich feststellen, dass es Sportarten gibt, die dir eher zusagen und Sportarten, die für dich einfach nur die pure Qual darstellen würde. Und da ist es wichtig, mal herauszufinden, was macht dir eher Spaß? Denn mit der Zeit kommt auch die Freude dazu, mit der Zeit verschwindet dieser Widerstand und einem macht die Bewegung immer mehr Spaß. Im nächsten Schritt ist es aber wichtig, mal deine Antriebe herauszufinden, also dein Warum in Bezug auf Sport und dir motivierende Ziele zu setzen, auf die du wirklich Lust hast, sie zu erreichen. Denn es wird dir immer leichter fallen, einen Plan tatsächlich durchzuziehen, wenn Ziele oder Antriebe dahinter stecken, die dich motivieren, die du wirklich in deinem Leben erreichen willst. Egal, ob es jetzt ein sportlicher Meilenstein ist, wie beispielsweise einen Marathon zu laufen oder auch persönliche Ziele, wie einfach mehr Energie zu haben, besser auszusehen, besser beim anderen Geschlecht anzukommen, Selbstbewusster zu sein, mehr Disziplin aufzubauen, gelassener zu werden und so weiter. Sport hilft dir einfach, dich besser zu fühlen, erfolgreicher zu werden und hat viele positive Effekte auf alle möglichen Lebensbereiche. Deshalb ist es für dich unglaublich wichtig herauszufinden, was genau dir dabei wichtig ist, was deine Antriebe dahinter sind, warum es sich für dich lohnt, regelmäßig zum Sport zu gehen und was du dir für dein Leben dadurch erhoffst. Für mich ist Sport beispielsweise ein wichtiger Teil meines Lebens einerseits, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht, aber andererseits ist es für mich auch ein wichtiger Teil meines Business, weil ich dadurch mehr Energie habe, weil ich dadurch mehr Fokus habe, weil ich dadurch leistungsfähiger bin und mein Business schneller voranbringen kann. Was auch immer dein Warum ist, es ist dabei extrem wichtig, dass es authentisch ist und dass es dir gehört. Es muss jetzt kein Ziel sein, dass man auf Social Media posten kann und dadurch massenhaft Anerkennung bekommt, sondern es muss nur für dich wichtig sein und vor allem auch ein Ziel, das sich langfristig antreibt, auch über die nächsten Jahre, weil ansonsten wirst du, wie die meisten, einfach über eine kurze Phase regelmäßig Sport machen und dann wieder in alte Muster zurückfallen. Das heißt, die Gedanken über deine Antriebe, warum Sport so viel für dein Leben bedeutet, zu machen, wird dir extrem helfen, um mehr dran zu bleiben und dein Trainingsprogramm besser durchzuziehen. Ein weiterer extrem wichtiger Punkt, um diszipliniert dein Sportprogramm durchzuziehen, ist es, Gewohnheiten aufzubauen. Denn Gewohnheiten sind ja im Prinzip nichts anderes als ein Trick unseres Gehirns, um Energie zu sparen. Dabei speichert unser Gehirn gewisse Verhaltensweisen ab, um sie in Zukunft automatisiert und ohne Anstrengung wieder abrufen zu können. Und genauso ist es eben auch beim Sport. Je öfter du Bewegung machst, je öfter du zum Sport gehst, umso mehr verschwindet auch der Widerstand und die Anstrengung. Es ist dabei auch ziemlich irrelevant, wie lange oder wie intensiv du Sport machst, sondern es geht viel mehr um die Wiederholung. Dabei wird dir auch die Zwei-Minuten-Regel helfen. Die Zwei-Minuten-Regel wird dir einfach massiv dabei helfen, leichter Gewohnheiten aufzubauen. Das Prinzip dahinter ist nichts anderes, dass du dir vornimmst, exakt zwei Minuten von deiner Tätigkeit zu machen, nicht mehr und nicht weniger. Die Zwei-Minuten-Regel wird dir massiv dabei helfen, leichter Gewohnheiten aufzubauen und auch dann Sport zu machen, wenn du dich gerade nicht danach fühlst oder nicht motiviert bist. Es geht bei dieser Regel im Prinzip darum, dass du dir vornimmst, nur zwei Minuten am Tag eine gewisse Aktivität durchzuführen. Das führt einfach dazu, dass unser Verstand sich nicht denkt so, boah, oh mein Gott, jetzt muss ich noch eine Stunde Sport machen, sondern eher in die Richtung, okay, zwei Minuten Bewegung, das geht immer. Egal wie stressig mein Tag ist, egal was vorgefallen ist, zwei Minuten kriege ich immer hin. Und durch diese zwei Minuten formen wir auch die Gewohnheit. Denn der größte Widerstand ist ja immer, sich aufzuraffen und anzufangen. Und jetzt wirst du vielleicht sagen so, ja, aber zwei Minuten Sport, das bringt dir nichts. Ja, natürlich, durch zwei Minuten Sport kriegt man kein Sixpack, aber du lernst es eben anzufangen, diesen Widerstand zu überwinden und du baust dann sukzessive die Gewohnheit auf und du wirst merken, wenn man mal in Bewegung gekommen ist, wenn man sich mal aufgerafft hat, dann macht man auch mehr als diese zwei Minuten. Man macht fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten. Ich habe eine Kundin gehabt, mit der ich zusammengearbeitet habe, die mit dieser Methode innerhalb von wenigen Wochen, von null, gar keinen Sport, Ewigkeiten nicht mehr trainiert, auf zehn Kilometer laufen gekommen ist. Ich habe auch schon mal ein extra Video über die zwei Minuten Regel gemacht. Du findest das wie immer hier in der Infocard oder in der Videobeschreibung. Der nächste extrem wichtige Punkt, um am Ball zu bleiben und dein Sportprogramm durchzuziehen, ist dein Mindset bzw. deine innere Einstellung zum Thema Sport. Unsere Denkweisen, unsere unterbewussten Überzeugungen und Glaubenssätze steuern über 90% unserer Verhaltensweisen und Entscheidungen. Und dementsprechend ist es auch extrem wichtig, dein Unterbewusstsein auf deine Seite zu bekommen, wenn du dein Sportprogramm wirklich langfristig durchziehen möchtest. Die Denkweisen, die die meisten Menschen zurückhalten, wenn es um das Thema Sport geht, sind zum Beispiel Dinge wie, ich habe keine Zeit für Sport, Sport ist nicht so wichtig, ich bin undiszipliniert, ich bin nun mal von Natur aus unsportlich, Sport ist Mord oder ich muss mindestens eine Stunde Sport am Tag machen, dass es sich überhaupt lohnt. Wenn du solche oder so ähnliche Denkweisen hast, wirst du dich damit massiv blockieren, regelmäßig zum Sport zu gehen oder es wird extrem anstrengend. Das heißt, wenn du regelmäßig am Ball bleiben möchtest und dein Sportprogramm diszipliniert durchziehen möchtest, ist es wichtig, solche Denkweisen sofort aufzulösen. Wie du das machst, erfährst du ebenfalls in einem Video, das ich dir hier und in der Videobeschreibung verlinkt habe. Ein weiterer extrem wichtiger Punkt, wenn es darum geht, dein Trainingsprogramm wirklich diszipliniert durchzuziehen, ist vor allem aber auch deine Erwartungshaltung. Denn der Punkt ist, du wirst nicht von heute auf morgen riesige Ergebnisse sehen oder Quantensprünge machen. Und das ist auch vollkommen normal. Wenn du aber mit dieser Erwartungshaltung an die Sache rangehst, dann läufst du extreme Gefahr, dass du dich überforderst, dass du dich möglicherweise verletzt oder übertrainierst, weil du einfach zu viel zu schnell erreichen willst. Oder aber auch, dass du einfach extrem frustriert bist, weil du nicht die Ergebnisse siehst, die du jetzt sofort haben möchtest. Es ist einfach wichtig, sich viel mehr auf den Prozess zu fokussieren. Also darauf die Gewohnheit aufzubauen, mehr Spaß daran zu entwickeln, zum Sport zu gehen, und die Trainingseinheiten selbst weiterhin zu optimieren. Denn dann werden die Ergebnisse auf jeden Fall kommen. Eine große Rolle spielt dabei auch das bekannte Alles-oder-nichts-Mindset. Denn viele Leute halten sich durch dieses Mindset extrem zurück. Also zu denken, entweder ich ziehe mein Trainingsprogramm oder meinen Ernährungsplan knallhart durch, oder ich kann es gleich sein lassen. Entweder jeden Tag zwei Stunden Sport, oder ich lasse es komplett sein. Also das ist eine Denkweise, mit der viele Leute an die Sache rangehen und sich deshalb überfordern und ihr Trainingsprogramm nicht durchziehen. Das heißt, es ist wichtig, einfach die Flexibilität aufrecht zu erhalten und dir zu sagen, so, es ist okay, wenn ich auch mal vielleicht eine Trainingseinheit nicht schaffe, weil der Alltag dazwischen kommt. Oder mal nur 20 Minuten trainiere, anstatt 60 Minuten. Jedes Training, jede Form von Bewegung ist für sich ein Erfolg, egal wie viel oder wenig es ist. Denn es geht eben viel mehr darum, einfach dran zu bleiben, die Gewohnheit aufzubauen. Und dann wirst du einfach immer besser und besser. Es wird dir immer leichter fallen, länger zu trainieren, öfter zu trainieren, auch intensiver zu trainieren. Und dann werden sich die Ergebnisse auch verbessern. Aber wenn du mit diesem Alles-oder-nichts-Mindset reingehst, dann werden einfach Phasen kommen, wo du nicht auf höchstem Level performen wirst. Und dann wirst du einfach aus der Gewohnheit rausfallen. Du wirst wieder in alte Muster zurückfallen und deinen Trainingsplan eben nicht so durchziehen, wie du es eigentlich wolltest. Und hier sind wir dann auch schon beim nächsten wichtigen Punkt, nämlich vor allem auch kleine Erfolge zu feiern und dich dafür zu belohnen. Wir tendieren einfach dazu, nur die großen Erfolge zu sehen und nur die großen Erfolge wertzuschätzen. Aber es ist wichtig, dass du dich einfach auch für die kleinen Erfolge feierst und belohnst. Sei es, weil du einfach ein bisschen länger drangeblieben bist beim Sport, ein bisschen länger gelaufen bist, ein bisschen mehr Wiederholungen gemacht hast oder ein bisschen mehr Gewicht geschafft hast. Also diese kleinen Verbeißerungen wirklich auch wahrzunehmen, dich dafür zu feiern und dich auch zu belohnen, denn das hilft dir auch massiv, mehr Spaß zu haben und länger am Ball zu bleiben. Dabei kannst du auch extrem gut mit kleinen Belohnungen arbeiten, die sozusagen deinem Hirn signalisieren, dass das Ganze ein Erfolg ist. Irgendwann ist natürlich einfach das gute Gefühl nach dem Sport schon eine Belohnung für dich, aber zusätzlich kannst du auch mit externen Belohnungen arbeiten, wie zum Beispiel zur Massage zu gehen oder dir am Wochenende eine Serie anzuschauen oder dir Zeit für dich zu gönnen, wenn du dein Sportprogramm so durchziehst, wie du es dir vorgenommen hast. Diese kleinen Anreize, die du dir selbst setzt, haben eine große Wirkung, weil unser Gehirn, unser Unterbewusstsein dann zum Sport zu gehen mit dieser Belohnung assoziiert und dich dadurch automatisch mehr dazu motiviert. Als nächstes solltest du aber auch unbedingt damit aufhören, dich mit anderen Leuten zu vergleichen. Gerade heutzutage neigen viele dazu, sich schnell schlecht zu fühlen, weil sie sich mit all den Fitness-Profis, mit den Fitness-Models oder Top-Sportlern auf YouTube oder Instagram vergleichen. Das Problem ist, dass du dabei versuchst, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Einerseits, weil Leute auf Instagram oder auf Social Media natürlich nur die Dinge zeigen, die sie wollen, dass andere auch sehen, dass die Bilder bearbeitet sind oder in irgendwelchen guten Perspektiven. Und vor allem auch, dass diese Leute natürlich einen ganz anderen Lifestyle, einen ganz anderen Alltag und ganz andere Möglichkeiten haben. Das sind eben Profis. Und wenn du beginnst, dich mit solchen Leuten zu vergleichen, dann kann das nur mit massiver Frustration enden. Das heißt, wenn du dir irgendwelche anderen Leute ansiehst, dann nutze das nur, um dich zu inspirieren, um dir zu zeigen, dass es auch für dich möglich ist und niemals um dich selbst zu entwerten. Schau einfach für dich, dass jede Trainingseinheit, jede Woche, jeder Tag, für dich einfach um ein Prozent besser wird. Dass du schaust, dass du ein Prozent mehr rausholst und dann wird sich das Ganze kumulieren und deine Ergebnisse werden auch immer besser. Ein weiterer und auch extrem wichtiger Punkt, um dein Trainingsprogramm durchzuziehen, ist aber auch dein Umfeld. Das heißt, Menschen um dich herum zu haben, die auf dem gleichen Weg sind wie du, die das Gleiche erreichen wollen wie du, mit denen du dich gegenseitig unterstützen und vor allem auch motivieren kannst. Das ist dir beispielsweise der Grund, warum Personal Training so gut funktioniert. Weil da einfach jemand ist, der dir helfen kann, der dich motivieren kann und dir gegebenenfalls auch in den Arsch tritt, wenn du mal den Hintern selbst nicht hoch bekommst. Aber das Gleiche funktioniert auch sehr gut, wenn du einen Accountability-Partner in einem persönlichen Umfeld hast, mit dem du dich gegenseitig unterstützt oder aber auch mit einem Coach. Denn jeder von uns zieht Dinge eher durch, wenn wir andere Leute haben gegenüber, denen wir uns verpflichten. Denn wir haben einfach keine Lust, uns zu rechtfertigen oder uns irgendwelche Ausreden einfallen zu lassen, von denen unser Gegenüber sowieso weiß, dass sie nicht stimmen. Du könntest dir beispielsweise jemanden suchen, der mit dir gemeinsam trainiert, in einer Community beitreten, mit denen du gemeinsam laufen gehst oder auch dir einen Coach holen, den du jede Woche darüber berichtest, ob du dein Trainingsprogramm durchgezogen hast oder nicht. Irgendwann wirst du dann immer mehr die Gewohnheit aufbauen und Sport wird einfach in Fleisch und Blut übergehen und ein fixer Bestandteil deines Tages werden. Und irgendwann denkst du dann gar nicht mehr darüber nach, sondern es fällt dir sogar schwerer, nicht zum Sport gehen, als zum Sport zu gehen. Wenn du möchtest, dass ich dich persönlich dabei unterstütze, mehr von deinen Vorhaben tatsächlich durchzuziehen und dir positive Erfolgsgewohnheiten aufzubauen, dann trag dich gerne hier ein für eine kostenlose Strategiesession mit mir. Denn in dieser Strategiesession werden wir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan entwickeln, wie du dein Leben oder dein Unternehmen auf das nächste Level katapultierst. Klick also einfach hier oder auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr darüber zu erfahren und trag dich ein für eine kostenlose Strategiesession.